Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Wir haben einige Videos gesehen. Wir haben es natürlich auch live gesehen. Manuelsen gegen Bösemann ist vorbei. Ich habe nach dem Kampf gegen 0 Uhr mit Bösemann eine direkte Reaktion gefilmt. Das Video könnt ihr natürlich auch bei mir sehen. Dort hat Bösemann gesagt, ey, das war kein Kopfstoß. Ich habe nichts am Kopf. Ich blute nicht am Kopf. Wenn man sich den Kampf anschaut, hat man auch gesehen, dass Bösemanns Handschuh in der Ecke mit Blut bedeckt war. Das bedeutet, dass er ihn möglicherweise gut erwischt hat. Dann gibt es jetzt verschiedene Perspektiven. Und Leute sagen, der Kampf hätte nicht abgebrochen werden sollen auf Kosten von Bösemann. Sondern viele sagen, das war ein TKO-Sieg. Wenn man sich die Sequenz anschaut, gibt es ganz klare Anzeichen und Indizien, dass das eine rechte Overhand war, die perfekt ins Ziel getroffen ist gegen Manuelsen, die auf die Nase ging und dazu geführt hat, dass der Ringarzt diesen Kampf abgebrochen hat. Der Kopfstoß von Bösemann, der kam von unten nach oben. Aber der Cut von Manuelsen hat sich ja mitten auf der Nase gebildet. Da kann man jetzt natürlich auf der anderen Seite sagen, kann man das sicher sehen? Konnte man das ganz genau so beurteilen? Ich denke aus meiner Perspektive wirklich, dass das die Hand war von Bösemann, die zu der Nasenfraktur geführt hat und zu den Schäden, die Manuelsen von diesem Kampf davongetragen hat. Aber da müsst ihr mir unbedingt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal mit Manuelsen zu sprechen. Vielleicht schaffe ich es nochmal ausführlich mit Bösemann zu sprechen. Aber wie schon gesagt, die Indizien sprechen für sich. Vor allem das Video, wo man auch sieht, dass Bösemann die Overhand halt perfekt trifft und Manuelsen sich halt danach an die Nase fässt. Da hatten die Kommentatoren gesagt, dass das mit einem Ellbogen oder Unterarm war. Aber müsst ihr mir mal eure Meinung auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben. Hättet ihr Bock auf eine Trilogie von den beiden? Würdet ihr gerne diesen Kampf nochmal sehen wollen? Darüber hinaus kann man auch über die Veränderung von Manuelsen sprechen. Bösemann war wie gewohnt wild. Und das ist natürlich ein Stil, auf den Manuelsen ein bisschen schwieriger klarkommt. Bösemann geht da rein. Keinen technischen Boxkampf da raus. Der geht rein, schwingt sehr, sehr wild und macht Manuelsen das Ganze halt schwer, in den Kampf überhaupt reinzufinden. Aber Manu hat sich auf jeden Fall bei diesem Rematch anders gezeigt. Er ist auch aggressiver nach vorne gegangen. Er wollte auch Druck machen. Er wollte Bösemann hier überwiegen. Hat letztendlich auf eine gewisse Art und Weise auch viel besser geklappt als beim ersten Kampf. Schreibt mir eure Meinung dazu, aber gerne mal in die Kommentare. Wer hat gewonnen, wollt ihr es nochmal sehen. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.